1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 1 sind 10. Das ist ein geiles Ding, läuft. Juhu! 10 Mal Kommentar, geile Brille. Und wer ist der Gewinner? Jörg Jörg, alias Oldbloods. Und diesen YouTube-Kanal werde ich euch natürlich unten verlinken. Ich hoffe, ich schaffe es auf die Schnelle. Aber nichtsdestotrotz, angedenk natürlich von meiner LaForge-Brille. Noch am Strand. Und jetzt hier. Tja, Oldbloods. Jetzt kannst du dich entscheiden. Erstmal herzlichen Dank. Du hast diese geile Brille gewonnen. Und wer natürlich den geilen Bob, nicht den Pornostar, sondern hier den Bob, haben möchte, der kann gerne 10 Mal, da wo ich den prepared hab, wo ich den natürlich gemacht hab, den Vlog, 10 Mal da reinschreiben. Geiler Bob, geiler Bob, geiler Bob. Also mit 10 einzelnen Kommentaren. Jeweils geiler Bob. Dann bekommt er die. Aber nichtsdestotrotz, der Gewinner ist Oldbloods. Den kann ich natürlich noch 100 Mal wiederholen. Wenn ihr natürlich nicht in den Kanal reinschaut, ja, den ich dann unten verlinke, oder oben im Schriftfeld verlinke, ja, dann muss ich es halt noch mal wiederholen. Oldbloods, du bist der Gewinner. Hier ist die Brille. Ich bringe sie bei dir vorbei, wenn du willst. Direkt. Dann machen wir zusammen einen Vlog. Dann werden wir natürlich auch steil gehen, wo auch immer das ist. Zeig mir von mir aus hier deine Stadt. Alles klar. Und, ich freue mich natürlich drauf, erstens dich kennenzulernen, zweitens mit dir zusammen Vlog zu machen, drittens, natürlich mit der geilen Brille. Tut mir leid, die musst du dann halt natürlich auf den Zwei-Minuten-Vlog, den wir dann machen werden, zusammen anhaben. Und ich hoffe, du wirst die natürlich auch auf Mallorca einmal tragen. Das wäre natürlich, die Abrissbirne ist schlechthin. Und erst mal, ohne jetzt hier großartig Tamtam zu machen, ja, jetzt muss es erst mal begossen werden. So, das Getränk kennst du? Hm? Smoothie? Der Hopfensmoothie aus, ja, Spanien ist er nicht, vielleicht aus den Philippinen, etc. So, macht aber nichts, schmeckt gut. Und, dichtet gut. Dann, auf dich Jörg, Oldbloods, schaltet den Kanal ein, abonnieren, liken, äh, Kiste Bier da lassen, Ticket für Mali, äh, was weiß ich, hier aus Dortmund und egal, wohin, Hauptsache er fliegt dahin, ne, nur kein Ticket aus Bremen. Achtung, kein Ticket aus Bremen. Das ist nicht gut. Wird nicht geliked. Dann, Jörg, Prost, schreib mir nachher, ob du die dann persönlich haben willst. Wie gesagt, der geile Bob ist noch zu haben, die Brille ist leider schon weg, aber wer sie sich dann angucken möchte, weil er traurig ist, zu spät die 10 Statements reingenagelt hat, der wird und muss sich auf jeden Fall Oldbloods Kanal abonnieren und dann abwarten, wenn er auf Mallorca ist oder auf irgendeine Party, wenn er diese Brille trägt, dann Doppeldaumen da lassen. Ja, und gleich nochmal drei Kumpels, die den Kanal abonnieren. 1000 Abos sind Pflicht. Okay. Dann, Jörg, danke, wir sehen uns. Prost, hau rein. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ich bin raus. Dollars. Bis zum nächsten Mal. die die die